Oho, geht's denn da runter? Oh. Oh. Oho. Ähm, hi? Bist du einer von denen, oder? Wissen Sie, was das bedeutet? Nope. Das heißt, alle Straßen sind geschlossen. Die Telefonleitungen wurden gekrabt. Das heißt, das Valley ist komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Oh. Vor allem heißt es, wir haben verkackt. Wie nett. Dieser verdammte Kollaps. Sie glauben wirklich, dass die Welt untergeht. Darauf haben sie gewartet. Seit Jahren. Darauf, dass jemand herkommt, ihre Prophezeiung erfüllt und ihren gottverdammten heiligen Krieg anfängt. Genau das hast du getan. Gut oder schlecht? Das Klügste für mich wäre wohl, mich einfach an sie auszuliefern. Ähm. Scheiße. Das ist aus der Uniform, die verbrennen wir. Es sind frische Klamotten da. Ah. Lass sie dich um. Und ich hab mir schon gedacht, das geht jetzt wie im Knast ab. Mal sehen, ob wir das wieder gerade wiegen können. Ähm. Ich will nicht die Seite aufheben. Nein, not wirklich. Schöpflügel. Na gut, dann ziehen wir uns mal um. Was hat denn der überhaupt für Garderobe? Seg mal hier, was das ist natürlich schänz. Ah, jetzt dürfen wir unsere Refresse aussuchen. Das ist schon aber doof. Ähm. Da hätte ich lieber gar kein Gesicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, nehmen wir halt das, wenn es sein muss, ja. Okay. Naja. Jo, genau so. Naja, viel Auswahl gibt es jetzt nicht unbedingt, aber irgendwie... Haaa, nehmen wir das so standardmäßig, Standard-Schuxel. Oberkörper. Ah, dann nehmen wir so, dann nehmen wir sie so ein rotes, ja. Dann nehmen wir sie das. Ne, dann nehmen wir so ein normales Gin, ja, so immer. Kappe, ist immer gut, Kappe geht immer, Kappe geht immer, ja, so eine schlichte Kappe. Am besten vom Watch Dogs oder so. Handschuhe. Ah, das schaut aber fein aus. Und die roten Schuhe haben wir nicht schlecht. Ne, ich nehme mal lieber das jetzt, ich mag's aber so. Ne, ich nehme mal lieber das. Jo, ich bin dann heut fertig bestätigen. Dankeschön. Ich bin dann trotzdem nur meine verkackten Schuhe. Naja, vielleicht für den Coop-Modus, dass man wenigstens irgendeinen anderen Charakter sieht, oh. Wann sind wir denn da? Kann man da irgendwie das Baum und Bär haben? Wieso denn die da? Mit die Kühen können die da? Information erhaschen. Oho? Hm, nicht schlecht. Darf ich über einen verschlossen benötigten Schlüssel? Ich geh einfach überall rein und so alles drum und dran. Mich stört das nicht. Hier schon überall rein. Hm, ein netter See. Wahrscheinlich ist es auch wieder der See, wo man ganz am Anfang gesehen hat, neben der Kirche. Kann auch möglich sein. Also, ihr weiß ja nicht, wo ist das so alles so sein selber? Ein netter Bunker. Ich nehme mal an, da geht's raus oder so. Äh, ja, da geht's raus. Ja, der hat sich einen Bunker genommen. Wenn die ganzen Schuxel da. Äh, trotzdem. Wer weiß, vielleicht hat er's gut versteckt oder so. Ist auch möglich. Hi. Ich habe mich da eben nicht richtig vorgestellt. Die meisten Leute nennen mich Dutch. Ich versuche mir zusammenzureimen, was da oben vor sich geht. Nichts Gutes. Nach allem, was ich weiß, leben deine Partner noch. Anscheinend wurden sie aufgeteilt. Jeder ist bei einem anderen Mitglied von Josephs. Ah, deshalb jagen wir auch die anderen. Du willst sie zurück. Verstehe ich. Von mir wurden auch Freunde entführt. Das Problem ist, es kommt keine Hilfe. Keiner weiß, was hier los ist. Und das wird sich erst ändern, wenn es zu spät ist. Hm. Es muss da draußen Leute geben, die sich gegen die Sekte wehren wollen. Nein. Wir... Wir müssen ihnen einfach nur zeigen, wie. Wir müssen einen Widerstand organisieren. Als allererstes müssen wir deshalb die Kontrolle über diese Insel erlangen. Sobald wir etwas Spielraum haben, überlegen wir unseren nächsten Schritt. In dem Safe da drüben sind eine Waffe und eine Karte. Nehmen sie dir. Ich funke dich an, sobald du dich orientiert hast. Oh, ey. Perfekt. 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 Dankeschön. 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 Gleich mal nehmen, nehmen. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles gönnen wir uns. Hey, Pegis. Ha. Aufgeschlossen. Du wirst rückst die jetzt. Oh. Bist du raubt? Du wirst du ordentlich blündern. Also falls du nur... Ähm. Alter, du kleine Missgeburt. geburt wieso so das gesperrt das ist ja Wahnsinn der sperrt das einfach zu das Abnormal das in die Uhr kein Waffen und er sperrt einfach zu ich ich bock mein Leben halt der sperrt einfach zu so ein Arsch gesperrt einfach zu integrieren fragt mich was mit der Lade-Sequenz-Nautschuld der nice ist nur sehr schön karte mal schauen wir sind vorst du auf eine intermini aber nur vorst weiter raus zum kann ich nicht oder kann ich mal bis jetzt nur den teil anschauen vielleicht